Frau Mikulajcik-Tatsch, Sie sind heute als Heilerin tätig und Sie hatten vor einigen Jahren eine Nahtoderfahrung, die Ihr Leben nachhaltig verändert hat. Aber bevor wir über diese Veränderung sprechen, erzählen Sie bitte, was damals geschehen ist. Am besten nehme ich Sie mit auf eine Reise rückwärts. Gut 55 Jahre bin ich geboren in eine ganz normale Arbeiterfamilie. Ich habe mit übersinnlichen Erfahrungen erst mal überhaupt nichts zu tun gehabt, habe ein ganz normales Leben gelebt. Später bin ich ins Studium gegangen, habe einen Sohn auf die Welt gebracht, also ein ganz normales Leben. Dann habe ich einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag gehabt, einen sehr großen Schmerz und habe dann das getan, was viele Menschen tun und habe gedacht, Flucht ist erst mal die beste Lösung. Habe Niedersachsen verlassen, bin an die holländische Grenze gezogen mit meinem Sohn und habe dann über meinen Körper erfahren. Ich habe etwas nicht aufgearbeitet, was aber für mich zu dem Zeitpunkt völlig irrelevant war. Mein Körper hat Herzrhythmusstörungen entwickelt und immer auch wieder mit Aussetzern. Das Herz hat dann mal gestolpert, kurz aufgehört, wieder angesprungen bis zu einem Tag, der jetzt gut 18 Jahre her ist, wo das Herz stehen geblieben ist. Was ich weiß, ist, dass es in einem Lichtkanal im gleißend weißen Licht aus dem Körper mit einer Zugkraft nach oben ging. Und in diesem Lichtkanal war alles ganz leicht, ganz schnell, ganz hell. Und ich konnte meine Urgroßmutter sehen, die zu dem Zeitpunkt verstorben war. Und ich habe gedacht, wenn das jetzt sterben ist und wenn sich so sterben anfühlt, habe ich keine Angst. Ich konnte meinen Körper von oben sehen und ich habe aber gedacht, das ist jetzt ein geniales Gefühl. Ich will weiter nach oben. Es zieht mich weg. Bis ich als letzten Gedanken hatte, mein kleiner Sohn, ich kann ja gar nicht weg. Ich muss zurück in diesen Körper. Ich war alleine ziehende Mutter zu dem Zeitpunkt und ich muss irgendwie wieder zurück. Das Letzte, was ich weiß, eine Stimme, die ich gehört habe, die gesagt hat, also du kannst wieder zurück, aber dann hast du eine Aufgabe. Und dann ging es mit einem Höllenschmerz zurück in diesen Körper. Ich habe nie vorher und nie hinterher mehr so einen starken Schmerz gespürt. Und als ich richtig wieder wach war, wusste ich, irgendetwas ist anders. Was war konkret anders? Es fing an, dass ich die Schmerzen der anderen Menschen in meinem Körper gespürt habe und dass ich das Gefühl habe, das muss ich wegmachen. Das war für mich natürlich völlig übersinnlich und auch nicht fassbar. Und ich habe gedacht, das muss wieder weg. Und es gab dann ein Ereignis. Meine Freundin kam zu Besuch und ich habe gesagt, sag mal, mein Knie fängt an weh zu tun. Hast du irgendwas mit deinem Knie gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte Treppenstufen verfehlt. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss das wegmachen. Und dann hat sie gesagt, woher weißt du das? Und wenn du es wegmachen kannst, ist das ja genial, dann habe ich keine Schmerzen mehr. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, woher ich es weiß. Ich spüre es in meinem Körper. Und dann habe ich versucht, es rauszuziehen. Nach einer Viertelstunde ungefähr war sie schmerzfrei. Das heißt, sie hatten keine bestimmte Technik, sondern sie haben es einfach irgendwie probiert. Und dann hat sie gesagt, sie ist schmerzfrei. Und dann habe ich gesagt, das bildest du dir ein. Das kann nicht funktionieren. Wie soll so etwas funktionieren? Und dann haben wir angefangen, uns einen Spaß daraus zu machen. Sie hat gesagt, also wir machen die Probe als Exempel. Wir haben andere Freundinnen eingeladen. Die eine hat Migräne, die andere Rückenschmerzen und so weiter. Und ich habe das gespürt und immer wieder rausgezogen. Und es hat immer funktioniert. Und dann habe ich schon gedacht, also gut, jetzt durch mein Nahtoderlebnis, ich bin verrückt. Das gibt es ja nicht. Also für mich gab es das nicht. Ich wäre damals noch nicht mal zum Heilpraktiker gegangen und habe gesagt, das muss weg. Ich muss jemanden finden, der es wieder wegmacht. Schlussendlich habe ich niemanden gefunden. Und damit hätte ich vielleicht auch noch leben können bis zu einer nächsten Begegnung, wo eben genau diese Freundin wieder bei mir war. Wir haben im Wintergarten gesessen und haben uns unterhalten. Und auf einmal ist hinter ihr eine Frau dazugekommen, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, du, hinter dir steht eine Frau, die sieht so und so aus und die fängt an, mit mir zu sprechen. Und dann hat meine Freundin sich umgedreht und hat gesagt, Martina, ich sehe niemanden. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich es dir doch sage, ich stehe doch da. Und dann hat sie gesagt, so wie du mir diese Frau beschreibst, ist das meine Großmutter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die ist ja längst verstorben. Was will die in meinem Wohnzimmer? Und dann hat sie mir etwas erzählt, dass meine Freundin Deutschland verlassen wird im nächsten Jahr im Sommer, ihr Unternehmen verkaufen wird. Und das ist dann so eingetreten später. Und so wie diese Frau kam, war sie auch wieder weg. Wie kann man sich dieses Sehen vorstellen? Ist das so ein Sehen, wie Sie mich jetzt sehen? Oder ist das mehr ein inneres Sehen? Es war für mich zunächst mal erst mal ein Albtraum. Und ich sehe die Menschen durchschwingend, also so wie sie, aber nicht in einer festen Körperlichkeit. Sie sind so vielleicht wie Maler, die Engel malen oder beschreiben. Und vielleicht malen sie sie deswegen auch mit Flügeln, weil es so durchschwingend ist. Und das ist immer häufiger passiert. Und dann war für mich klar, ich bin psychisch krank. Das ließ sich mit nichts erklären. Und ich habe meine Freundin angerufen, die da schon dann in Holland gelebt hat und habe gesagt, bring mich in eine psychologische Klinik. Ich bin krank. Das ist nicht normal. Für mich war das nicht normal. Und dann hat sie gesagt, wenn wir in eine psychologische Klinik fahren, die behalten dich dort. Wenn wir das erzählen und du wirst Medikamente bekommen und es geht nicht, du hast dein Kind zu versorgen, komm nach Holland. Hier gibt es Menschen, die kennen sich damit aus. So bin ich zu einem Heiler gekommen und Medium, wie ich heute selber arbeite, in einer ganz kleinen Garage. Dieser Mann war blind und er hat mich angeguckt und hat gesagt, du denkst, du bist verrückt. Dann sage ich ja und ich bin hier, damit sie das wegmachen. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht. Du hast paranormale Fähigkeiten. Das ist in Insider-Kreisen völlig normal. Das gibt es. Und das ist eine Gabe, die du bekommen hast durch dein Zurückkommen in den Körper. Und die musst du leben. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht. Doch, hat er gesagt, das musst du. Und dein Leben wird sich komplett verändern. Du wirst dein Wirtschaftstrainerbüro schließen. Du wirst in drei Praxen arbeiten, im Westen, im Süden und im Ausland. Du wirst Bücher schreiben, mit Ärzten arbeiten, in Krankenhäusern. Und Menschen helfen, heil zu werden. Dann habe ich den Stuhl zurückgeschoben und habe zu meiner Freundin gesagt, auf gar keinen Fall. Einer von uns beiden hat einen Knall und der bestimmt den Ohrknall. Ich muss jemanden haben, der das wegmacht. Und dann bin ich um die Welt geflogen und habe Menschen gesucht. Händeringend, mach das bitte weg. In Forschungsinstituten. Ich habe die Gabe testen lassen. Es gab Kabinen, fünf Personen, in jeweils diesen Kabinen. Menschen, die wir nicht sehen konnten. Und wir mussten spüren, welchen Schmerz haben diese Menschen. Und es hat für mich in vier Kabinen funktioniert und in einer nicht. Und ich habe mich gefreut und habe gedacht, okay, ich kann es nicht. Und dann kam der Prüfer und hat gesagt, ja, in einer Kabine war niemand drin. Und das haben wir extra gemacht. Also doch kein Zufall. Die nächste Katastrophe. Wieder kein Zufall. Ich bin zu den Indianern gefahren. Ich bin zu den Philippinern gefahren, die Tumore mit der Hand rausnehmen. Die englische Königin, die immer schon Heiler bei Hofe beschäftigt hat, in jedem modernen Krankenhaus in England, in der Schweiz. Arbeiten Heiler. Ich bin zu großen Sehern gefahren. Und jeder hat mir aber immer wieder gesagt, das ist eine Gabe, du hast sie bekommen, nimm sie an. Das habe ich nicht gewollt. Ich wollte so bleiben, wie ich bin. Das heißt, Sie haben sich eigentlich mit Händen und Füßen gewehrt, um eine Aufgabe in diesem Sinn zu erfüllen. Ja. Bis zu dem Abend, als mein Herz wieder anfing zu stolpern, auszusetzen. Und dann habe ich den Kollegen in Holland, heute guten Kollegen in Holland, angerufen und habe gesagt, du musst mein Herz in Ordnung bringen. Das Gleiche geht wieder los. Und dann ist er sehr ernst geworden und hat gesagt, Martina, wenn du die Gabe jetzt nicht annimmst, wird dein Sohn auch noch ohne Mama groß. Und das war der Impuls. Das war der Auslöser. Ich weiß noch, ich habe mich völlig wütend aufs Bett geworfen und habe gesagt, okay, was immer es ist, wo immer es herkommt, wenn ich es dann leben muss, dann nehme ich es jetzt eben an. Aber ich will so bleiben, wie ich bin. Natürlich, man bleibt nicht so, wie man ist. Und es ist auch nicht so geblieben, wie es war. Freunde haben sich zurückgezogen mit dieser Gabe. Es hat Angst gemacht. Viele Menschen haben gesagt, jetzt ist sie eine Hexe. Es kamen immer mehr Hilfesuchende. Ich konnte meinen Beruf als Wirtschaftstrainer irgendwann nicht mehr ausüben. Ich musste dieses Büro schließen und habe mich dann entschieden für eine Selbstständigkeit als Heilerin, Medium, Sterbebegleitung und bin angefangen, diese Dinge zu erforschen. Aus heutiger Sicht, warum haben Sie sich so gegen diese Veränderung gewehrt? Damals war es so, ich habe mir diese Welt vorgestellt mit Räucherstäbchen, schwarze Katze auf der Schulter. Ich bin zu Kongressen gefahren und habe Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, hier liegt Genie und Wahnsinn ganz dicht beieinander. Und das wollte ich für mich nicht. Und ich hatte auch Angst vor dieser Welt. Wie wird die gelebt? Ich hatte keine Erfahrung damit. Und darum wollte ich zurück in mein ganz normales Leben. Heute weiß ich, dieses zu beschließen, aber ich will so bleiben, wie ich bin. Was mir ein Stück auch gelungen ist, ist auch der Erfolg. Weil ich jeden Skeptiker verstehen kann, weil ich immer sage, die Schulmedizin geht vor, die Therapeuten, die psychologische Arbeit, dass wir mit der paranormalen Fähigkeit eine gute Ergänzung zu allem haben. Natürlich heute mit dem Wissen um die Dinge, mit den vielen Erfahrungen habe ich diese Angst verloren. Ich würde sagen, ich habe sie überwunden, und ich habe sie transformiert. Und trotzdem geschehen auch heute für mich immer noch unglaubliche Dinge. Das Universum ist ein geschlossenes System. Es ist alles Energie. Und es lässt sich auch für mich aus heutiger Sicht nur mit diesen universellen Erklärungen irgendwie glaubhaft machen oder einbinden in das alltägliche Leben. Noch eine Frage zu Ihrer Nahtoderfahrung. Konnten Sie das, was Sie damals erlebt haben, sofort einordnen? War Ihnen dieser Begriff Nahtoderfahrung vertraut? Das kam später. Für mich war es tatsächlich ein Verlassen des Körpers und ein Zurückkommen, ganz real erlebt. Aber dass das Nahtoderfahrungen ist und dass sich das darin auch als Erklärung finden lässt, kam erst später, als ich gegangen bin, Menschen zu fragen, was ist das? Was ist da passiert? Und mich hat es berührt, dass die Menschen, die diese Erfahrung haben, immer wieder das Gleiche berichten. Und das hat dann für mich so den Beweis gemacht, dann muss es stimmen. Also es kann ja nicht hunderte von Menschen, tausende geben, die außer körperliche Erfahrungen machen und immer wieder davon sprechen. Dieser Lichtkanal, dieses nach oben ziehen und auch, das war auch interessant, das ganze Leben noch einmal im Eildurchlauf zu sehen. Auch die Emotionen, die man erlebt hat, auch die man anderen zugefügt hat. Manchmal ist man ja auch ein bisschen wütend, wo andere verletzt sind, die dann wieder bei sich selbst zu spüren. Das ist auch lebensverändernd. Heute überlege ich mir sehr wohl, was möchte ich aussenden, welche Energien möchte ich mich begeben, weil ich weiß, dass es wieder erlebt wird. Wie hat sich denn im Verlauf der Jahre durch Ihre Erkenntnisse, durch Ihre Erlebnisse Ihr Menschenbild verändert? Ich bin zum einen sehr demütig geworden gegenüber dieser Gabe. Früher wollte ich sie nicht, heute möchte ich das nie mehr rückgängig machen. Man lernt viel mehr Wertschätzung dem Leben gegenüber, den Menschen gegenüber, der Welt gegenüber. Das ist das eine. Dann, diese Gabe ist so groß, ich bin sehr ehrfürchtig auch darunter geworden. Heute weiß ich, dass es eben ein Leben vor dem Leben gibt, ein Leben nach dem Leben. Ich bin mir sicher, ich weiß es, ich habe es erlebt. Ich versuche immer mehr, das Leben im Jetzt zu leben, weil ich gelernt habe, es kann in der nächsten Sekunde alles ganz anders sein. Es ist bestimmt gut, Pläne, Strukturen und Ordnungen zu haben. Das brauche ich auch für meine Berufung jetzt. Das habe ich ja in meinem Leben vorher gelernt. Aber auch den Spielraum zu haben, im Jetzt zu sein. Und für mich ist es ein ganz großes Thema, immer wieder in diese bedingungslose Liebe zurückzukehren. Und ich sehe in der Welt so, wir haben so viel Wertschätzung verloren, so viel Achtung verloren. Es stimmt mich traurig, wie Menschen miteinander umgehen. Es stimmt mich traurig, was global in der Welt passiert. Und ich denke, die Gabe war dazu da, das im Kleinen wieder zu den Menschen bringen zu dürfen und in meine kleine Welt einbinden zu dürfen. Ich versuche über Vorträge, das auch im größeren Rahmen in die Welt zu bringen. Und ich denke, es ist doch so wichtig gewesen, diese Gabe zu erhalten und sich dem Universum zu unterstellen. Wie spielt sich dieses geistige Heilen in der Praxis ab? Wie können Sie helfen und, wie Sie auf Ihrer Homepage schreiben, die schulmedizinische Versorgung ergänzen? Es ist so, im Grunde genommen ist meine Arbeit genauso geblieben, wie sie früher war, nur dass ich mehr Wissen darum habe. Die Hilfesuchenden kommen heute nach so vielen Jahren teilweise als chronisch austherapierte Menschen, wie wir es ja in der Rheumaerkrankung haben, zum Beispiel, wo die Schulmedizin sagt, wir können hier nichts weiter tun, wie wir es auch in der Tumorerkrankung haben. Aber natürlich nach all den Jahren kommen auch Menschen, die alternative Heilmethoden suchen, die nicht mehr symptomische Behandlung möchten, also wir nehmen die Blutdrucktablette und der Blutdruck geht runter, die sagen, ich möchte Ursache beseitigen, und die dann alternativ behandelt werden möchten. Ja, wir arbeiten mit Terminen, die Menschen kommen in die Praxis. Ich gehe immer noch mit meinen Händen um den Körper herum. Heute weiß ich, dass es Physik ist. Heute weiß ich, wir haben ein Schwingungsfeld circa 30 Zentimeter vor dem Körper. Und ein Heiler tritt in dieses Schwingungsfeld ein. Und dadurch, dass er in das Schwingungsfeld eintritt, übertragen sich die Schmerzen praktisch auf den eigenen Körper. So wird es spürbar. Und dann spüre ich, wo ist etwas nicht in Ordnung und ziehe es immer noch genauso raus, wie ich es ganz am Anfang zwischen Kaffeetrinken und Abendessen gemacht habe. Heute kann ich den Menschen erklären, was diese Erkrankung für eine Bedeutung haben kann. Ich habe gelernt, die Seele spricht mit uns über den Körper. Und man kann vielleicht aufzeichnen, schau mal dorthin, vielleicht wie bei mir war es Flucht, vielleicht darfst du noch was bewältigen, wenn die Menschen dafür offen sind. Es kommen Menschen, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, ob Bankdirektor oder Friseurin, alle Gesellschaftsschichten. Und ich denke, das ist dieser Erfolg, dass ich so bodenständig geblieben bin. Ich liebe alle diese Menschen. Ich liebe überhaupt die Menschen. Und ja, man kann nicht sagen, es kommen Skeptiker. Und die sind mir am liebsten, weil ich war ja auch so skeptisch. Die sagen, ja, Frau Mirkolein-Sigtasch, kann man glauben, muss man nicht. Beweisen Sie das jetzt mal. Wobei ich muss dazu sagen, die Gabe beweist sich nicht. Was heißt das? Gerade dann funktioniert es nicht. Wenn ich Menschen in der Praxis habe, die sagen, so, mal gucken, jetzt schauen Sie mal, total verschlossen, dann muss ich sagen, sie, die Gabe beweist sich nicht. Und ja, wir müssen nicht Gott erleuchten. Wir dürfen unsere Seelen erleuchten. Und spüren Sie es, fühlen Sie es. Dann werden Sie spüren, dass es funktioniert. Ich werde dann oft gefragt, muss man glauben, damit es funktioniert? Heute weiß ich, es ist von Glauben unabhängig. Aber wenn wir glauben, findet Heilung schneller statt. Zweifel, das wusste ich auch schon als Wirtschaftstrainerin, ist ein Zeitverzögerer. Ich habe aber Dinge erlebt, wo Menschen gar nicht wussten, dass ich arbeite. Zum Beispiel bei einem Menschen, der auch, ich nenne es mal so, gestorben ist. Ich erhielt einen Anruf. Dieser Mensch war gar nicht in meiner Nähe. Und die Ärzte haben den klinischen Tod festgestellt. Sie hatten keine Rückanbindung mehr vom Gieren zum Rückenmark. Ich konnte mich da medizinisch früher noch nicht so genau aus. Und die Ehefrau hat angerufen und hat gesagt, bitte, bitte, mein Mann soll ja nicht weggehen. Bitte, bitte helfen Sie mir. Und ich habe gesagt, ich kann nur das tun, was in Gottes Macht steht. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Und wir hatten dann tatsächlich diesen Menschen wieder zurück im Leben. Ich sage dann immer, ob das jetzt gut war oder schlecht war, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Es hat funktioniert. Und als dieser Mann richtig wieder wach war, hat er zu seiner Frau gesagt, ich weiß nichts mehr, außer ich habe eine schlanke, blonde Frau gesehen, die mich ins Leben zurückgeholt hat. Und die Ehefrau hat dann gesagt, ich habe diese Frau angerufen, dass sie das tut. Das heißt, diesen Eindruck hatte er, diese Erinnerung hatte er an eine Zeit, in der er eigentlich bewusstlos war? Eben. Bewusstlos tot war, wie man das dann nennt. Wie oft muss jemand im Regelfall kommen? Ist eine Behandlung ausreichend? Es ist unterschiedlich. Natürlich, ich sage, eine Krankheit, die schon 15 Jahre oder 20 Jahre besteht, ist oftmals nicht mit einer Behandlung. Wieder in Ordnung gebracht. Der Körper muss die Selbstheilungskräfte aktivieren. Und manchmal braucht er auch zwei, drei Impulse. Es ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Es ist von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich. Ich habe aber auch schon Spontanheilungen erlebt, wo nach einer Behandlung der Körper alles in Ordnung bringen konnte. Ich habe auch schon Wunderheilungen erlebt, wo für mich unfassbar ein Körper wieder heil geworden ist, wo alle gesagt haben, das kann nicht mehr funktionieren. Es gibt alles. Um welche Krankheit ging es dabei? Es war Tumor-Endstadium. Der ganze Körper schon voller Metastasen. Und die Ärzte haben gesagt, es geht jetzt vielleicht noch sechs Wochen. Und dieser Mensch lebt heute noch und erfreut sich beste Gesundheit. Wie das funktioniert, ist für mich unerklärbar. Das sind für mich Wunder. Ich glaube an Wunder, die geschickt gesandt werden, die dann auch kaum noch erklärbar sind, die anzunehmen sind. Ich sage dann immer, wir dürfen es annehmen. Und von denen man auch nicht voraussetzen kann, dass sie sich beliebig wiederholen lassen. Richtig. Und auch andersherum. Einfache Dinge, die auf einmal nicht funktioniert haben. Ich habe mich viel mit den Operatoren unterhalten, die auch sagen, wir haben ganz kleine Operationen gemacht und danach ist der Patient verstorben. Keiner hat damit gerechnet. Wir haben riesengroße Operationen gemacht, wo wir gedacht haben, ob das mit Überleben klappt, steht außer Frage. Und der Patient hat es überlebt. Ich denke, dass da viel das eigene reinspielt. Auch was so im Seelenplan steht. Und wie die Menschen selber sich ihren Weg vorgenommen haben. Sie sind auch als Medium tätig, bezeichnen sich als Hellseherin. Wie definieren Sie diesen Begriff? Was können Sie sehen, was andere nicht sehen? Ja, das ist auch eben ein bisschen abenteuerlich, würde ich sagen. Dieses Hellsehen ist so, wie wenn wir uns unterhalten und daneben läuft noch ein Fernseher, wo ich Dinge sehe, die entweder zu dem vorherigen Leben der Person gehören oder auch Erklärungen zum Jetzigen oder wie das Leben weitergeht in Ausschnitten. Manchmal ist es nur ein Impuls, wo ich meinem Gegenüber sage, sagen Sie mal, haben Sie vor, eine Ausbildung bei der Polizei zu machen, zum Beispiel. Wo mir mein Gegenüber sagt, woher wissen Sie das? Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, das sage ich, weil ich es sehe. Und dann gibt es so Dinge, wo ich sage, ich würde Ihnen das nicht raten, das geht nicht gut aus. Also Sie können es tun, aber Sie werden mir nachher berichten, das war kein guter Gedanke. Jetzt könnte man ja aber sagen, das war damals meine Geschichte, Zweifel, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich sage, es geht nicht gut aus, habe ich ja schon etwas manifestiert. Aber wenn ich es für Menschen sage, die gar nicht da sind, also für einen Bruder zum Beispiel des Hilfesuchenden, der das dann gar nicht weiß und es auch so eintritt, hat mir später gezeigt, da ist doch eine Wahrheit drin. Ich habe ein ganz gutes Beispiel, was ich hier in der Praxis erlebt habe, vielleicht ein bisschen traurig, aber trotzdem sehr markant. Ich habe eine Frau hier gehabt, die unerfüllten Kinderwunsch hatte und ich habe es mir hellsichtig angeguckt und habe gesagt, ich sehe sie mit gesunden Zwillingen, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Dann haben wir den unerfüllten Kinderwunsch auch behandelt. Sie ist dann schwank geworden, rief mich an und hat gesagt, so, sie ist mit einem kleinen Jungen schwanger. Und dann habe ich gedacht, oh, keine Zwillinge, nein, ein kleiner Junge. Dann habe ich meine Gabe wieder in Frage gestellt und habe gesagt, was gebt ihr mir für Informationen, die nicht stimmen. Ich habe Zwillinge gesehen. Also gut, im fünften Monat hat sie dieses Kind verloren, sie hat es tot auf die Welt gebracht und kam wieder. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe sie mit gesunden Zwillingen, Junge und Mädchen. Sie ist etwas später wieder schwanger geworden mit einem kleinen Mädchen. Dann habe ich gedacht, das gibt es nicht. Wie funktioniert das? Was habe ich da gesehen? Und dann habe ich mir das schön geredet und habe gedacht, na ja, vielleicht ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen kurz aufeinander. Aber ich habe ja lebende Kinder gesehen. Dieses Mädchen hat sie auch wieder verloren. Und dann ist sie nicht mehr gekommen. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, also, Hellsicht, Prophezeiung, das können Sie alles vergessen. Nehmen Sie Ihr Türschild ab, Sie können das nicht. Und das war für mich ein ganz schlimmer Tag, weil ich natürlich geglaubt habe, ja, das kann ich nicht. Und ich die Gabe ja sowieso nicht wollte. Und später, später, zwei Jahre später, hat sie mich angerufen. Sie hat gesunde Zwillinge auf die Welt gebracht, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Die Zwischenschritte sehen wir oft nicht. Bis hin natürlich auch zu ganz lustigen Begebenheiten, als mein Sohn das Abitur gemacht hat, wo er gesagt hat, oh, Mama, ich weiß nicht, wie Mathe gelaufen ist. Kannst du bitte mal Hellsicht, komme ich da gut durch? Wo ich sagen konnte, mach dir keine Sorgen, es ist gut gelaufen. Aber Deutsch war nicht so klasse. Guck nochmal. Und das ist für das richtige Leben schwierig. Wie betrachten Sie das menschliche Schicksal? Haben wir einen freien Willen? Ist unsere Zukunft offen oder ist alles vorherbestimmt? Also ich denke, beides stimmt. Ich bin ganz sicher, bevor die Seele in einen Körper inkarniert, hat sie ihren Seelenplan geschrieben und die Eckpunkte auch festgelegt. Was dazwischen ist, ist sicherlich variabel. Und ich denke aber auch, wir können sogar die Eckpunkte austauschen. Wir wissen ja von der Akasha-Chronik, die medial begabte Menschen auch lesen können, wo wir doch auch Kurskorrekturen machen können. Und ich weiß heute, es hängt von unserem Bewusstseinsentwicklungszustand ab. Ich sage immer, wenn wir uns in diesem Leben vorgenommen haben, wir lernen erst mal das Leben kennen in diesem Leben. Ich sage das dann immer so nett als Ranoveranerin, ja, wir haben uns vorgenommen, ein ganz normales Leben zu leben. Wir färben bei Balsen Kekse ein, wir haben 18 Uhr Feierabend, 20 Uhr Tagesschau, Beine hoch, Fläschchen Bier und leben das so. Wird das auch so sein, wenn wir uns ein Leben vorgenommen haben, wo wir Bewusstseinsentwicklung machen wollen, wo wir Dinge lernen wollen, wo wir auch Dinge ablösen wollen, dann hat es viele Eckpfeiler, viele Schicksalsschläge. Weil wenn alles glücklich ist, lernen wir nicht. Wir lernen ja aus unseren Schmerzen, aus unseren Schicksalen, aus unserer Sehnsucht auch. Und damit, denke ich, ist es dann auch variabel. Ich sage immer, Menschen, die in Bewusstseinsentwicklungsprozessen sind, ist es ganz schwierig zu sagen, heute ist es so und morgen ist die Zukunft so, weil sie in einer Entwicklungsspirale sind. Die Eckpfeiler, die stimmen aber. Ein Beispiel, ich habe einer Dame mal hier gesagt, was haben Sie mit Rom zu tun? Ich sehe Sie in Rom. Und sie hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also Italien ist nicht Ihr Land. Dann habe ich gesagt, ja, doch, nein, auf gar keinen Fall. Ein paar Jahre später hat sie einen Italiener kennengelernt. Die Mama lebt in Rom. Also musste sie nach Rom. Dort in Rom hat sie dann eine weitere spirituelle Frau kennengelernt, die ihr etwas mit auf den Weg gegeben hat. So ist sie zurück nach Deutschland. Und sechs Monate später trennt sich der italienische Mann von ihr. Sie hat Liebeskummer, sie ruft mich an und hat gesagt, sie haben gesagt, ich muss nach Rom, jetzt war ich da wegen meiner Liebe und jetzt geht das auseinander. da stimmt ja was nicht. Dann habe ich gesagt, Sie haben dort eine Frau kennengelernt, richtig? Sagt sie ja, die hat mir ein ganz neues Denken mit auf den Weg gegeben. Da sage ich, deswegen mussten sie nach Rom. Also da denke ich schon, wie Eckpfeiler, das hat die Seele sich vorgenommen und da gehen wir sicher auch hin. Sie haben sich selbsterfüllende Prophezeiungen genannt. Wann ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, etwas über die Zukunft zu sagen? Wäre es nicht eigentlich besser, generell darüber zu schweigen? Ich denke sicher, dass die Menschen zu mir geführt werden. Ich glaube heute natürlich nicht mehr an Zufälle, außer es fällt uns zu. Und dann weiß ich auch, dass es so sein soll. Ich würde es mir aber nie erlauben, auf der Straße oder beim Friseur jemanden anzusprechen und zu sagen, ah, ich sehe gerade dies und jenes. Ich denke, wir sollten einen Auftrag haben. Die sich selbsterfüllende Prophezeiung, ich habe so zwei Varianten dazu für mich gefunden. Das eine, dass wir wirklich vorsichtig sein sollten, was wir uns bestellen. Unsere Gedankenkraft hat ja eine hohe Kraft. Das habe ich selber erlebt. Ich habe nach sieben Jahren Praxistätigkeit so ein angehendes Burnout entwickelt und ich wusste, ich muss hier eine Woche raus und habe dann einen Flug gefunden nach Fuerteventura. Und nach sieben Tagen Aufenthalt habe ich dann gedacht, ich hatte eine Freundin dabei, nein, ich bin doch zu erschöpft, ich kann nicht zurückfliegen und sage morgens im Hotel zu meiner Freundin, ich steige in das Flugzeug nicht ein, ich muss noch hierbleiben, ich bin so erschöpft. Aber wir mussten, ich hatte die Praxis, ich musste wieder zurück. Wir waren am Flughafen, die Maschine kam nicht. Und dann hat die Freundin gesagt, kannst du das mal wieder abbestellen, dass du nicht in diese Maschine einsteigen möchtest? Oje, stimmt, ich habe es bestellt. Die Maschine stand in Berlin mit Defekt, sie ist nicht mehr gekommen. Jetzt aber nicht mehr sich selbst erfüllende Prophezeiung, saß eine Frau mit uns auf der Sonnenterrasse und hat uns berichtet, dass es eine Gesundheitspraxis auf Fuerteventura gibt und dass sie noch eine Heilerin suchen. Und meine Freundin hat gesagt, ja, die sitzt ja hier und die will sowieso nicht zurück. So bin ich in den Kontakt gekommen und habe dann zwei Jahre später eine Praxis auf Fuerteventura eröffnet. Und alles ist so gekommen, wie damals der Heiler und das Medium das gesagt hat. Und das finde ich dann nicht mehr sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und da differenziere ich immer. So, was bestelle ich mir? Und auch, was bestellen andere uns? Weil Energien schwingen ja in andere Energien. Es ist offensichtlich, dass Menschen ihr Leben sehr unterschiedlich führen. Die einen machen einen Entwicklungsprozess durch, bei den anderen ist das nicht erkennbar. Glauben Sie wirklich, dass wir uns die Art unseres Lebens, unseren Lebensplan, so frei aussuchen können, wie man sich im Supermarkt etwas aus dem Regal nimmt? Oder wirken da nicht doch auch Gesetzmäßigkeiten, die unser Leben und unseren Lebensplan bestimmen? Ich bin überzeugt davon. Ich habe das Glauben gelernt aus der Rückführungstherapie. Wir haben ja Leben schon gelebt und wir haben Verantwortung, irgendetwas vielleicht wieder in Ordnung zu bringen. Und das dürfen wir in folgenden Leben auch tun. Also ich weiß zum Beispiel selbst aus Beispielen von Rückführungstherapien. Manche Menschen erlauben sich ja, in diesem Leben anderen Menschen das Leben zu nehmen. Man hört es täglich und wir wissen, dann gibt es eine Verantwortung, eine Konsequenz. Für mich gibt es dieses Fegefeuer nicht. Wenn wir zurückkehren, wieder auf die andere Seite, so nenne ich es immer, dürfen wir in einem späteren Leben diesen Menschen das Leben wieder schenken. Es ist eine Konsequenz. Und die zweite Konsequenz ist, dass wir das gleiche Gefühl erleben dürfen, die gleiche Emotion, wie zum einen dieser Mensch, der das Leben verloren hat, beziehungsweise vielleicht auch die Angehörigen. Das heißt, wir wissen, wir inkarnieren dann wieder als ein Elternteil, schenken diesem Kind wieder das Leben und werden es verlieren, um in den gleichen Schmerz zu kommen. Und da sehe ich schon auch, dass es nicht nur so ist, dass wir sagen, in diesem Leben möchte ich gerne leben, Supermarktbesitzer. Es geht meistens um Emotionen. Ich weiß, wenn wir auf der anderen Seite sind, sind wir oft im Unglauben, weil auf der anderen Seite ist alles Licht und Leicht, Harmonie und Frieden. Und wenn die kleine Seele sagt, wie, wenn die Menschen in Menschenkörpern sind, dann trennen sie sich und dann erfahren sie Schmerz. Wo so die große Seele sagt oder die große Kraft, ja, das ist so und das glauben wir dann aber nicht. Und wenn die kleine Seele lange genug sagt, ich glaube es aber nicht, auch nicht von denen, die schon inkarniert waren, wird die große Kraft sagen, dann geh doch mal runter und erlebe es. Ja, und die kleine Seele sagt, ja, das will ich. Dann gehen wir durch den Geburtskanal des Vergessens und dann fängt das Lebensspiel an. Und dann lernt man Trennung. Eltern trennen sich. Scheidungskinder. Es tut weh. Und dann lebt man diesen Schmerz. Ich habe dann immer gedacht, naja gut, wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, dann dürfte das Leben ja zu Ende sein und man kann zurück. Wir wissen aber, dass dann die zweite Lebenshälfte dafür da ist, das wieder zu transformieren, nämlich die Bindung zu leben, ohne den Schmerz. Dann hätten wir es für dieses Leben aufgelöst. Wir haben aber, ja auch freien Willen und wir können ja sogar sagen, ich beende mein Leben, ich will zurück. Ja, Suizid, kennen wir. Ich möchte es jetzt nicht mehr weitermachen. Wissen wir aber aus der Rückführungstherapie, dürfen wir in einem nächsten Leben das nochmal machen, bis wir es gelernt haben. Sie haben den Geburtskanal des Vergessens erwähnt. Warum vergessen wir überhaupt das, was im vergangenen Leben oder in einer Vorexistenz geschehen ist? Ich bin mir sicher, dass die Seele es nicht vergessen hat. Aber zunächst mal kommen wir ja ohne ein Bewusstsein. Ich sage immer, unser Kopf ist wie eine Blackbox, wie im Flugzeug. Und diese Blackbox wird ja dann erst mal gefüllt im Laufe des Lebens. Das heißt, so Sachen wie, wenn man Hunger hat, muss man was essen, wenn du bist zu klein, das kannst du nicht, kletter nicht auf diese Bäume. Mit Lob und Hadel. Und diese Blackbox füllt sich. mit Glaubenssätzen. Und das leben wir ja zunächst mal. Und später, die Seele wird immer diesen Ruf, es ist so die leise Stimme, die Herzensstimme, die dahinter sitzt und sagt, ja, aber wir wollten doch was anderes oder wir wollten doch das lernen. und dann treten ja Menschen in unser Leben, die das Bewusstsein wieder wecken. Also dieses Vergessen vom Gehirn durch den Geburtskanal und die Seelenstimme wieder lauter werden lässt. Das ist ja die innere Stimme. Und das sind für mich Menschen, die das wieder wachrütteln, wie Heiler, wie ein Medium. Oder auch manche Menschen haben so Déjà-vu-Erlebnisse, die sagen, ich habe diesen Menschen einmal gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich kenne ihn ein Leben lang. Das sind ja diese Erinnerungen. Oder sie gehen in Häuser und sie wissen, ah, hinter der Tür sieht es jetzt so und so aus. Auf Seelenebene, denke ich, haben wir das nicht vergessen. Nur auf Kopfebene. Und ich denke auch nur dafür, dass es Sinn macht. Weil wenn wir es doch wüssten, würden wir ja in keinen Lernprozess treten. Dann würden wir sagen, ach ja, genau, morgen liegt ja ein Baum auf der Straße und da habe ich einen Unfall. Dann würden wir gar nicht erst losfahren. So stelle ich es mir vor. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Mit Liebe zum Leben, das über Ihre Praxis erhältlich ist. Wie kam es dazu? Was ist der Inhalt? Es kam dazu, weil ich wollte das gerne dokumentieren. Außergewöhnliche Fähigkeiten, wie lebt man damit? Und ich habe gedacht, es ist wie eine große Visitenkarte. Die Menschen können ein bisschen nachlesen, weil so kann man vielleicht einen Eindruck gewinnen von einem Menschen mit paranormalen Fähigkeiten und ein ganz normales Leben. Und ich habe so die lustigen Geschichten aus der Praxis dort hineingeschrieben oder auch die, was kann man tun, bei welchen Krankheiten. und habe das dann ja im Privatverlag mal so in die Welt gebracht und habe gedacht, so hinterlasse ich auch der Welt mal etwas in Wort und Schrift, was es vielleicht greifbarer macht. Das Thema Tod ist in unserer Gesellschaft immer noch tabuisiert. Man spricht nicht gern darüber. und wenn es einmal so weit ist, dass jemand hinübergehen muss, dann wird er von Angehörigen oft zurückgehalten. Das Thema ist Angst dominiert. Was könnte man denn aus Ihrer Sicht tun, damit die Angst vor dem Tod kleiner wird? Ja, es ist mir selbst auch immer ein persönliches Anliegen, den Menschen mitzuteilen. Man muss keine Angst haben vor dem Übergang. Ich nenne es immer Übergang, weil Sterben für mich gibt es ja nicht, weil ich sehe ja die Menschen, die drüben sind. Und deswegen darf man davon ausgehen, es ist nur ein Wechseln der Ebenen, ein Wechsel der Frequenz. Man muss keine Angst haben, es ist leicht. Wir werden begleitet. Verwandte, die schon oben sind, kommen zu uns und geben uns Geleit in diesem Lichtkanal. Und wenn man diese Erfahrung hat, Nahtod, dann weiß man, man darf sich darauf freuen, wieder zu gehen. Natürlich ist Leben schön, aber es ist nichts Schlimmes, nichts, wo man Angst haben muss. Angst hält uns auch zurück. Die Seele kann den Körper schlecht verlassen, eben wenn Anverwandte festhalten oder wenn wir Angst haben. Was ich so abschließend ganz interessant finde, dass da auch die Seele oft entscheidet. Ich habe es erlebt, dass Menschen gestorben sind, wenn gerade die Tochter nur für eine Sekunde das Zimmer verlassen hat und die Tochter war traurig und hat gesagt, Frau Mikulaj Zigtac, warum jetzt ist die Mama gegangen? Sie konnte nur dann gehen, weil die Tochter festgehalten hat. Und ich habe es auch schon erlebt, dass eine Großmutter gewartet hat, bis der letzte Enkel aus Amerika eingeflogen war. Die Tür ging auf und dann konnte sie gehen. Und das sind für mich schöne Momente. Ich habe versucht, das ein bisschen zu etablieren. Ich bin der Meinung, wir sollten wissen, wie ist der Weg zurück? Ich habe Vorträge darüber gehalten und ich wollte das gerne wie ein Schulfach integrieren. Diese Geisteswissenschaften, habe mit einem Kindergarten gearbeitet, Leben kommt, Leben geht. Aber leider ist es in unserer Welt nicht so gewollt, das zu etablieren und musste das dann auch wieder einstellen. Frau Mikulaj Zigtac, ich wünsche Ihnen für alle Ihre künftigen Vorhaben gutes Gelingen, alles Gute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.